Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Rocket Leech und zwar auf meinem Kanal, jetzt neu, weil ich zu dem Schluss komme jetzt mal nach, ja, bei angekommenem Level 30 jetzt mal endlich aufzunehmen, weil jetzt auch das neue Update-Kar mit 1,8GB, mit neuen Eigenschaften hier ansehen, sicher das hier schon, ich habe ja schon mehrere Karren, habe schon ein bisschen investiert in dieses Spiel, aber immer noch die Hälfte von Normalpreis, sprich 10€ habe ich bisher ausgegeben, aber ich werde vielleicht noch ein bisschen, ja, was kaufen, wegen deren Küste hier, man kommt manchmal jetzt nur eine Kiste und das hier ist ja mega nice, finde ich, so ein ultra seltenes, Schwarzmark-Karosserie, Sieht einfach mal mega aus, oh dieses Pixel-Fire, das feiere ich auch, oh das sieht auch nice aus, mit diesem Bewegen, oder das hier, hat auch was, hat eigentlich alles was hier bei den, bei den Kisten, mal gucken, jedenfalls wollte ich euch mal jetzt einen neuen Modi zeigen, und zwar Rumble, wird so ähnlich wie Mario Kart sein, nur dass man nach den Anpfiff, nach 10 Sekunden, läuft dann so ein Time-Out rechts ab, und dann kriegt man so ein Random-Item, und mit denen kann man dann halt zufällige Items einsetzen, die man halt so gekriegt hat, wenn man Glück hat, dann mal natürlich, ja, wenn ich jetzt schon sehe, gegen Experte, sprich erst Level 40, oder ein bisschen, also zwischen Level 14 und 50, und ich bin grad mal Level 30, frisch Veteran geworden, kann man sagen, Oh, hab ich schon geblockt, wie er diese Items hat, zum Beispiel, ach komm, portier dich halt weg, Ah, da war kapier. Nee, 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 nee , oah, alter oder knapp . Nice. Guter Schuss. Aber der war megaknap. Hier, der geht rein. Man, ich bin mal gekommen. Was ist das Name? Welcher Name? Achso, ja. Das ist schon ein verkorkste Name. Ah, ein bisschen geblockt wenigstens. So, jetzt muss ich nur abwarten, ob ich den richtig rein bekomme. Ah, der war scheiße. Was ist denn los wie das? Komm schon. Kommt der? Kommt der wenigstens? Na, fast. Ja, der kommt! Der kommt nicht! Der kommt! Jawohl! Alter, war das knapp. Ich dachte, der kommt doch rein und dann doch nicht. Da haut der nur richtig rein. Einfach mit einem Punch. 134 Stundenkilometer. Keine Chance. So, dann warte ich mal hier hinten genüsslich. Wie er nicht kriegt. Den Jakob. Der war halt mega knapp. Da hab ich nicht bekommen. Nein! 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 Oh! Na ja, das war meine Schuld. Na jedenfalls, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das weiterentwickeln soll oder nicht. Und... Ich hab hier noch verschiedene andere Maps, beziehungsweise Modis, die man hier spielen kann. Wie Chaos, 4 vs. 4 oder Rocket Labs, so speziellen, angefertigten Maps. Also jetzt nicht so eine hier, zum Beispiel so eine Runden... Und ich hab hier noch mal weggehauen, hm... Ich hab hier noch gut... Und welche aus Ihrem Alter ist... Eingefroren, hehehehe. Und hier ist auch wo, komm mal, oder? WTF? Ja, knapp. Man hat sich weggehauen, hehehe. Ich bin nochmal weggehoben. Ja, komm. Nein! Was mach ich? So, weggehoben. Wäre fast schiefgegangen. Ups. Jawoll! Haut er den Eigentor rein einfach. Nimmt er die Stacheln, dreht sich genau richtig und dann... Ach, das gefällt mir wieder. Das ist gut, ja in dem Modus ist, man kann einfach so eigentlich... Das ist eigentlich so ein No-Skill-Modus, also das heißt auch mehr Lack-basiert. Aber der ist schon... Jawoll, mein Tor. Dankeschön. Fallrückzieher-Tor. Das klicken wir noch nicht mal so oft, ja. 4-1. Gefällt mir. Jetzt hab ich schon eine Runde gehabt, wo ich 800-Score hatte einfach. Alter, nee. Der kam halt genau rein. Keine Chance. In Säcke umzuspielen, kriegt man ihn immer relativ schwer raus, bis er immer fliegt hat. Der war kacke. Der war kacke. Na eigentlich hab ich den gerade reingefroren. Bedrohung. Zum께her. Neeee! Boah, alles klar! Nice! Komm! Wenigstens landet ich noch perfekt hier! Verdammt! Jetzt flieg ich doch immer hier mal ein, ja! Wenigstens komplett umsonst eingenutzt, ja! Loll, der kommt! Der kommt! Jawoll, alter! Der war meega nice! Turm rückwärts, ähm, läuft! Volli-Tor! Distanz-Turm, ich auch noch, ey! Nice! Genau sowas meine ich! Der war Beste! Und? Ja, fast! Der war, lol! Der fack! 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 Den fack! Der fack! Der fack! Ah, das ist aber ne schöne Aufnahme. Ich hab über 900 Score, what the fuck. Okay, das war nicht mein erster Schiff. Gelbener und wertvollster Spieler gehen aber auch 100 Score mehr. Also 1000. Juhu. Jongleur, Alter. 1000 Score, Alter. Beste. Okay, dann würde ich sagen, das war diese Folge und schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Lasst einen Like da, würde mich freuen. Und vielleicht kriegen wir auch bald die zweite Abonnenten hin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.